Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Let's Play Democracy 3. Auch diese Folge stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. Wir haben jetzt ansonsten keine Geschichte. Mal abgesehen davon, brauchen wir diese Maßnahme auch nicht, wenn ich mir unsere Kriminalität angucke. Also, Kriminalität ist gerade nicht so unser drückendes Problem. Und unser BIP ist gestiegen. Das ist total schön. Wir haben ein Defizit von 4,6 Milliarden. Wir haben vielleicht doch ein bisschen was rausgehauen. Ich gucke mal. Unternehmensexodus geht ein ganz kleines Stück wieder hoch. Wasserknappheit ist... Wir haben den Push geschafft anscheinend. Wir sind unter den Stoppauslöser gegangen. In der nächsten Runde haben wir das. Und ich hoffe, dass wir dann auch die negativen Auswirkungen so ein Stück weit... Ja, Food Price ist sechs Runden, also sechs Quartale wird der langsam abgehen. Aber wir werden dann, weil das so eine krasse Auswirkung ist, wird das langsam dafür sorgen, dass das zurückgeht. Puh, das heißt, Water Shortage haben wir mit den kleinen Justagen vielleicht schon erledigt. Und wie sieht es hier aus? Hier sind wir immer noch. Gewalt gegen Roboter stagnieren wir. Es kostet uns auch. Okay, Wasserkrise ist ausgestanden. Und ich hoffe einfach auch, dass wir das Absinken des Food Prices einiges, also Lebensmittelpreis einiges Positives machen wird. Aber wir haben Geld gefunden und wir sind jetzt trotzdem defizitär. Weil wir wieder Geld ausgegeben haben. Jetzt können wir gucken, ob wir mit den 32 politischen Kapitaleinheiten, Einheiten politischen Kapitals, ich weiß gar nicht, wie wir das richtig nennen, noch ein paar Policy-Entscheidungen treffen. Oder ob wir sagen, wir sparen uns das mal an, gehen in die nächste Runde oder so. Ja, wir können nur maximal 58 ansparen. Also, wir kriegen, also es sinkt weiter, die Leistungsfähigkeit unseres Kabinetts hier eher religiös und Kapitalist. Der liefert relativ wenig politisches Kapital. Aber wir kriegen jetzt, das geht runter. Im Moment kriegen wir 29, nächste Runde. Wir haben aktuell 32, das heißt, da würde einiges von verfallen. Und ich wäre immer nur dafür, tatsächlich politisches Kapital mit rüber zu helfen, wenn wir einen Plan haben. So ähnlich wie bei der CO2-Steuer. Weil, wenn wir nicht wissen, wofür wir es ansparen, dann können wir es diese Runde in kleine Justagen geben. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, wir können, was wir jetzt machen können, ist, Wasserkrise haben wir, haben wir, die Roboter-Nummer haben wir bisher relativ schlecht beeinflusst bekommen. Arbeitslosenzahlen sind hier ein Punkt, wenn wir Arbeitslosenzahlen runterbekommen. Und wir haben schon was gegen die industrielle Automation gemacht. Technologie ist, brauchen wir aber. Also, so ein weiterer klassischer Bereich wäre, den öffentlichen Dienst aufzublähen. Also, selber Leute einzustellen. Das war das, was wir vorhin beim Militärapparat gesehen haben, als wir darüber nachgedacht haben, den runter, also den zu senken, die Ausgaben. Was sich ja dann direkt gezeigt hat, in der steigenden Arbeitslosenzahlen. Also, auch da könnten wir überlegen, ob es Bereiche gibt, die wir aufblähen können oder wollen. Alternativ haben wir hier logische Reisungen und ein paar politische Ideen beitragen. Ja, hier bei öffentlichen Diensten, da haben wir einige ganz gruselige Sachen. Und die Compisery Language Lessons. Das wollte ich nämlich sagen. Ja, die verpflichtenden Sprachlektionen. Genau, das ist, einige Menschen können einfach nicht damit genervt werden, Sprachen zu lernen. Für sich selbst, um ihre Chancen im Jobmarket zu erhöhen oder einfach andere Leute von anderen Nationen besser zu verstehen, hilft das. Verpflichtende Sprachlektionen zwingen diese Leute, sich mit der Welt draußen auseinanderzusetzen. Verbessern ihre Haltung gegenüber fremden Besuchern und sorgen dafür, sich mit fremden Firmen besser auseinanderzusetzen. Ja, also es sind Verständigungen. Die Beliebtheit ist nicht so sehr, aber tatsächlich haben wir nicht so richtig ein Problem mit Umfragewerten. Und das ist super billig. Also, nehmen wir das? Ich bin schwer dafür. Das müsste eigentlich unserem Tourismussektor dienlich sein und wahrscheinlich auch Akku. Rassistische Spannungen gehen runter, Bildung geht hoch, Auslandsbeziehungen werden hoch, internationaler Handel, super. Immigration steigt und der Patriot findet es nicht so toll. Immigration steigt hat natürlich auch direkt wieder einen Rückgriff auf Arbeitslosenzahlen. Ich weiß gerade nicht so richtig, in welchen Formen man hier Migration generell steuern konnte. Da müssten wir dann nochmal drauf gucken. Ja, also was würdest du vorschlagen? Eher so im Mittelfeld lassen? Ach, ich stehe auf Bildung. Also wir können das schon so ein bisschen... Ich weiß, wir haben ein Defizit. 600 Millionen oder sogar noch ein Tropfen mehr? Ja, irgendwas zwischen 550 und 600 vielleicht. So ein bisschen drunter. Okay. 575. Ja, gut. Ja, okay. Zack. Das müsste eigentlich auch unsere Auslandsinvestitionen so ein Stück wieder hochbringen. Also wenn wir jetzt alles das richtig durchgelegt haben, müsste sich das jetzt positiv auf unserem Bruttoinlandsprodukt auswirken. Ja, das hoffe ich auch. Hier bei den Arbeitslosenzahlen ist... Wo hatte ich das denn? Immigration sorgt dafür, dass die ein klein wenig steigen. Jetzt steigt die Immigration, aber das ist nicht der größte Faktor. Wenn wir unser BIP runter haben, dann sollte uns das nicht doll wehtun. Ich denke auch, wir haben auch so viele Bildungsprogramme und das müsste eigentlich funktionieren. Ja. Okay, wir haben noch acht. Die können wir auch mit rübernehmen, weil das war gerade relativ teuer, diese verpflichtenden Sprachkurse. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach durchzusetzen, ja. Okay. Wir mussten zum Beispiel nicht darüber diskutieren, welche Sprache, in welchem Alter und wo man die Lehrkräfte dafür herkriegt, weil man muss die ja im Zweifelsfall auch noch ausbilden. Das sind alles so Sachen, mit denen müssen wir uns keine Gedanken machen, auch über keine Lehrpläne, die jedes Land unterschiedlich macht. Ja, das stimmt. Das ist, wir mussten nicht in der Ausgestaltung des Gesetzes, sondern es ist einfach eine vorgefertigte Blaupause. Das ist total super. Eigentlich müssten wir zu allen möglichen Einzelentscheidungen, mit denen wir vielleicht auch nochmal Gewürrungen haben, noch so Subvideos machen mit Leuten, die sich damit echt auskennen. Und die uns das dann immer nochmal erklären, ob das jetzt ein Pädagoge ist oder eine Pädagogin oder ein Volkswirtschaftler, Volkswirtschaftlerin, das wäre eigentlich ganz spannend. Ja. Ja, total. Also gerade was die ganze Bildung angeht. Ich sollte nicht nur dich dabei haben, sondern ein Board von Experten, die sich alle bereithalten, die wir beide dann in der betreffenden Situation dann einfach kurz dazuschalten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte. Möglich. Möglich. Also vielleicht kann man jetzt eine Ausarbeitung des nächsten politischen Programms dazu holen. Ja, aber ansonsten kann sich jetzt jeder im Chat mal outen, der sich in Pädagogik, in der Schulpolitik, in Volkswirtschaft oder so auskennt. Der kann ja vielleicht unseren Struggle ein wenig abmildern, indem er das eine oder andere vielleicht mal einordnet. So. Genau, Wasser haben wir jetzt bekämpft. Deswegen, da würde ich jetzt einfach tatsächlich sagen, komm, wir nehmen die Acht mit rüber und schauen dann, was passiert. Und dafür. Wie sich unsere defizitäre Situation... Oh. Leistung entsperrt. Kyoto-Preis. Wir sind Mitglieder eines zwar kleinen Clubs, aber er ist wichtig. Wir sind mit Stolz einer der wenigen Nationen, die ihre Klimaschutzverpflichtungen ernst nimmt. Okay, ein Achievement vom Spiel. Schön. Ja. Wie schön. Water shortage. Ja. Meteorologists informen Sie, dass die Wasserstoffe für Ihr Land sind für heute unter Kontrolle. Wie schön. Oh, jetzt haben wir direkt nochmal... Die kommen aber mit Dilemmern um die Ecke, meine Fresse. Euthanasie. Ein ehemals berühmter 66-jähriger Staatsbürger leidet an einer unheilbaren Krankheit und leidet unter ständigen Schmerzen. Dank moderner medizinischer Methoden kann er zwar noch viele Jahre lang am Leben erhalten werden, aber er hat wiederholt den Wunsch geäußert, sich das Leben nehmen zu dürfen. Okay, Euthanasie ist jetzt, sagen wir mal, in dem Kontext eventuell eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche. Es geht schon um Sterbebegleitung, oder? Ja. Sterbehilfe, Sterbebegleitung, das weißt du nicht. Genau. Ich verstehe das hier durchaus als Sterbebegleitung. Sterbebegleitung legalisieren. Es ist unglaublich grausam, Menschen unter ständigen Schmerzen leben zu lassen, wenn es keine Hoffnung für eine Genesung gibt und wenn sie bereits den Wunsch vorgebracht haben, nicht mehr länger leben zu wollen. Mit dem Fortschritt medizinischer Technologien wird dies häufiger der Fall sein, da wir Menschen mit ständigen Schmerzen oder im Koma jahrelang am Leben erhalten können. Oder Sterbebegleitung, äh, Gesetze nicht ändern. Wir alle haben Verständnis für die Menschen in diesen Situationen, aber das Gesetz zu ändern ist die falsche Entscheidung. Es wäre nur der Anfang, wenn das Prinzip, den Menschen beim Sterben zu helfen, zum Gesetz erhoben werde, denn dann wäre der Druck auf allen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, groß. Vor allem, wenn die medizinische Versorgung teuer ist. Das ist tatsächlich eine Schattenseite. Das ist keine furchtbar schlechte Argumentation, dass der Druck größer wird. Aber ich glaube, wenn da Tod in unserer Gesellschaft immer noch so ein schwieriges Thema ist, ich weiß es nicht. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass nicht doch irgendwer sagt, hör mal, wolltest du nicht die Haxen hochreißen, wir könnten was mit deinem Erbe anstellen, so als Vorschlag in den Raum zu stellen. Aber tatsächlich, wenn, ich würde sagen, wenn es, wenn es den eigenen Wunsch gibt, für solche Sachen, dann, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, zu der ich jetzt auch noch keine gefestigte Meinung habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Im Verlauf des Spiels gab es immer mal wieder so Fragen, die wir nicht beantworten mussten, weil wir gesagt haben, die sind so ein Stück weit zu sehr identitätspolitisch oder da geht es zu sehr um ethisch-moralische Fragen, dass man das irgendwie zu einer Entscheidung machen könnte in der Form. Jetzt werden wir gezwungen, wir können nicht anders, wir müssen entscheiden. Das wäre wahrscheinlich auch so eine Frage, die, wenn sie, wahrscheinlich nicht in dieser Form, aber wenn sie im Deutschen Bundestag zur Debatte stünde, wo jeder, jeder Abgeordnete auch frei entscheiden kann. Also nicht nur, dass sie das sowieso nicht können, aber an der Stelle ist jede Form von Fraktionsdisziplin oder sowas aufgehoben, gehe ich zumindest stark davon aus, weil es bisher so war. Aber die Sterbebegleitung, wurde die nicht abgestimmt und abgelehnt? Ja, die wurde, aber da geht es ja darum, dass der einzelne Abgeordnete, die einzelne Abgeordnete eine reine eigene Gewissensentscheidung verhält. Also da ist es nicht so, dass es quasi ein vorher abgestimmtes Abstimmungsverhalten gibt, sondern Leute entscheidet entsprechend eurer jeweiligen Vorstellungen, Wertmoralvorstellungen, Einstellungen, religiösen Einstellungen, wie auch immer. Ja. Und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Bei mir ist es auch so, wenn ein Mensch wirklich nicht mehr will und kann und so, dann möchte ich, ich möchte nicht derjenige sein, der diesem Menschen sagt, du darfst das nicht. Ja. Oder ich kann dir dabei nicht helfen. Ich hätte zwar die Möglichkeit, dir zu helfen, aber ich helfe dir nicht, weil ich darf das nicht. Und diese Situation stelle ich mir so grausam vor, für Eingehörige, aber auch für Pflegerinnen, für Ärztinnen, keine Ahnung. Ach, ich kann mir auch so sagen, Herr Jürgen. Ich tendiere eher dazu, hier einer Legalisierung zuzustimmen. Wir können das hier jetzt, wir haben eben gesagt, wir konnten dieses Gesetz verabschieden, ohne dass wir die Ausgestaltung machen müssten. Und ich würde jetzt hier sagen, ich tendiere zu legalisieren unter folgenden Bedingungen. Genau. Also, da mag ich nur draufklicken, wenn solche Sachen sind, wie halt, dass medizinisch klar ist, okay, da gibt es ein Leitpotenzial, beziehungsweise medizinisch kann ein Leitpotenzial schlecht dargelegt werden. Das meine ich nicht, sondern Auslösung von Schmerzen und solche Sachen. Also, also nicht einfach nur, ich hätte, ich habe keinen Bock mehr, weil das Leben ist doof. So, also das, wenn es, wenn es halt tatsächlich etwas, etwas gibt, was mit der Gesundheit zu tun ist, zu tun hat, so wie es hier auch umschrieben wurde, unheilbare Krankheit, ständige Schmerzen und so weiter. Das würde ich halt tatsächlich mit in die Leitplanken reinnehmen wollen. Bin da ganz bei dir. Okay, dann machen wir das mal. So. Achso, hier hatten wir noch Wirtschaftsprognose. Tja, Weltwirtschaft ist weiter. Es sah so aus, als ob es sich ein bisschen erholt, aber nö. Das ist nicht schlimm. Guck mal, unser Bruttoinlandsprodukt zur gleichen Zeit. Oh, wir sind, wir sind ein bisschen hochgekommen, tatsächlich. Ja, und momentan, wenn ich das gerade richtig sehe, haben wir auch einen ganz leichten Überschuss. Ja. Wir haben einen Überschuss von fast einer Milliarde. Das heißt tatsächlich, äh, die Nummer ist, also, hat uns, wo ist denn jetzt hier der Lebensmittelpreis eigentlich? Äh, ich glaube, ich finde den, wenn ich, es sind sehr, sehr viele Symbole. Äh, der Lebensmittelpreis müsste blau sein. Äh, da. Food Price, genau. Ja. Ja, und tatsächlich, die Water Shortage, dass die weg ist, die Wasserknappheit, sorgt dafür, dass wir hier nach unten kommen. Gott sei Dank. Und das wird auch noch mehr. Und das, das Tolle wäre, oder das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, ist, wenn wir langsam wieder auf den normalen Zustand kommen, wie es vorher war, vor der Wasserknappheit, dass wir dann auch die ganzen Subventionsprogramme ein Stück weit runterfahren können, je nach Situation, in der wir dann sind. Ja, also, das ist schon mal, das ist schon mal sehr, sehr schön zu sehen. Gucken wir mal hier hin, da sind wir immer noch am stagnieren, am sein. Was haben die denn gegen den Roboter? Mann, 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 Mann. Ich finde dieses Bild auch so ein bisschen. Ja. Die sind teilweise sehr martialisch, die Icons hier, auf jeden Fall. Ja, unsere BIP wäre großartig. Das hier wird, die Auswirkungen hiervon, von dem Unternehmensexodus, ist ein krasser Schlag aufs BIP drauf. Das stimmt. Allerdings haben wir immer noch eine schlechte Weltwirtschaft. Wenn die sich nur ein bisschen erholt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auch wieder ein bisschen höher gehen. Ja. So. Das Letzte, was wir hatten, war, was beeinflusst denn noch so die Arbeitslosenzahlen und Immigration war ein Punkt. Und die können wir hier über Grenzkontrollen, also Auslandsbeziehungen, aber auch Grenzkontrollen. Wir sind im Moment bei biometrischer Prüfung und geben dafür jetzt nicht wirklich viel Geld aus. Also die Leute, also Immigration wird gerade stark gehemmt. Minus 33 Prozent. Und der Tourismus wird gehemmt. Das stimmt. Wir haben halt momentan immer noch relativ viele Arbeitslose und wir versuchen gerade, die Angriffe gegen unsere Roboter nützlich zu halten. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, die Grenzen weiter aufzumachen. Genau, weiter aufmachen würde ich jetzt nicht. Das ist mir klar, weil ich an der Stelle nicht den Faktor Mensch, sondern die reine Grenzkontrolle betrachtet habe. Entschuldigung bitte die Vornehmung. Nee, aber es stimmt. Also an der Stelle ist es so und ich habe noch im Hinterkopf, wir haben auch in Auslandsbeziehungen noch eine Möglichkeit mit Einbürgerungstests. Die wahrscheinlich auch auf Immigration auswirken. Wir können mal hier, wenn wir ein bisschen höher gehen, ich sag mal so ein Stück, so, unser Tourismus wird dann um, ja, zweieinhalb Prozent getroffen, ein bisschen mehr. Immigration geht runter um zehn. Ja, lass uns das mal ausprobieren. Ich bin auch gespannt, wie sich das tatsächlich dann auswirkt. Ich würde das jetzt einmal zurück und würde einmal kurz noch den Text lesen für den Einbürgerungstest, weil da wissen wir nicht genau, was es ist. Oder meinst du, ich soll das so mal annehmen? Ich hätte es auch schon angenommen, aber den Text lesen ist wahrscheinlich die weisere Entscheidung. Lass uns weise sein. Einbürgerungstests. Einbürgerungstests sind eine Art dafür zu sorgen, dass Menschen, die in unser Land migrieren, ein nachweisliches Verständnis von unserer Kultur und Geschichte haben. Damit wird die Möglichkeit eines kulturellen Zusammenstoßes für die Neuankömmlinge im Land reduziert, die Immigration gefördert, die Integration gefördert und es beruhigt die patriotischen Mitglieder der Gesellschaft, dass sie die Immigration nicht fürchten müssen. Ist super teuer von den Einführungskosten und ich glaube nicht, dass es sehr die Immigration beschränkt. Es sorgt für eine bessere Integration. Das ist doch schon mal viel wert. Weil wiederum schlechte Stimmung bei unserer Bevölkerung gegen andere Teile unserer Einwohnerschaft jetzt nicht unbedingt unsere Produktivität fördert, geschweige denn das friedliche, demokratische Zusammenleben. Auch ein Punkt. Dann würde ich sagen, machen wir die Einbürgerungstests, ohne dass wir wissen, ob die Immigration gehemmt wird oder ob es gut ist für Arbeitslosenzahlen. Ja, aber das kostet uns auch im Endeffekt nicht viel. Ja, stimmt. Also, rassistische Spannungen werden dadurch gemildert. Patrioten. Immigration wird auch ein wenig gehemmt. Liberale ethnische Minderheiten finde ich nicht so super. Also, ja, den würde ich gar nicht so hochdrehen wollen. Nö, ich bin dabei hier. Also eher so sogar noch ein Stück runter. Ja. Weil es ist ein sehr mildes Mittel. Also, ne, nicht ein mildes Mittel. Super günstig. Und wir kriegen einen kleinen Knick gegen, also für die Immigration, was auf die Arbeitslosenzahlen wirkt. Aber gleichzeitig haben wir was Gutes, rassistische Spannungen. Wir haben was nicht so Gutes, nämlich Patrioten und Mitgliedschaft bei den Patrioten. Da würde ich nur einhaken wollen, prinzipiell ist es ja nicht schlecht, wenn Leute Patrioten sind. Das kann man ja sein. Die Frage ist, wann wird es ein Nationalismus oder gar noch mehr? Ja. Insofern ist es total gut, weil nur weil jemand ein Patriot ist, heißt das ja erstmal nicht, dass diese Person etwas gegen jemanden hat, der sich einbürgern lässt oder eingebürgert wird. Sondern ich könnte jetzt auch irgendwie die deutsche Fahne vor mir her tragen, weil ich ein totaler Fähn des Deutschen Grundgesetzes bin. Und dann kann ich von mir behaupten, ich bin Patriotin. Das stimmt. Bin ja aber nicht jemand, der quasi auf der anderen Seite der politischen Spektrum steht. Ja. Ich war da etwas voreilig mit dieser Verurteilung in gut und schlecht. Ich weiß gar nicht, ob du da vorschnell warst. Ich glaube, das ist einfach so ein Begriff, der so benutzt wird. Ja, und Patriot ist ein bisschen vorbelastet, tatsächlich, ja. Genau, das ist auch einfach eine Frage von Wortaneignung und Sprachaneignung von bestimmten politischen Playern. Ja. Also, wir machen ein Einbürgungsfest. Jetzt haben wir noch zwölf. Gut, das wirkt sich jetzt erst langsam aus. Rassistische Spannung. Rassistische Spannung. Rassistische Spannung. Rassistische Spannung, Entschuldigung. Alles gut, ich finde den Begriff grundsätzlich so. Ja. Ja. Ist ein doofer Begriff. So, ansonsten hätte ich jetzt nochmal geguckt, was können wir noch für Arbeitslosenzahlen machen. Der Nahrungsmittelpreis sinkt. Es wäre eine... Es wäre eine... Achso. Nee, das ist schon ganz oben. Äh, ja. Die haben wir schon bis zum Anschlag gezogen. Ja, da wäre ich überraschend. Technische Beihalm, Arbeitslosenunterstützung würde ich jetzt nicht runternehmen. Climate Change Adaption sorgt auch dafür, dass die sinkt. Immigration haben wir gerade ein bisschen was dran gemacht. Ja, also ich glaube, unsere Wirtschaft muss proben. Ich glaube, wir können ja gerade mit staatlichen Mitteln wenig noch machen. Eigentlich hilft es gerade nichts, außer würde ich jetzt denken, auszusitzen und zu hoffen, dass die Weltwirtschaft wieder anzieht und in der Zeit so kleine Unterstützungsimpulse zu setzen, weil mehr Geld man braucht. Das wäre jetzt gerade so meine Überlegung. Ja. Ich will auch nicht unterschlagen, dass Horstie im Chat sich geoutet hat, dass er sich bei Pädagogik auskennt. Schule eher mittel. Hat ja wenig miteinander zu tun. Zwinker Smiley. Das würde ich auch sagen. Also Pädagogik hat nicht wirklich viel mit Schule zu tun. Ja, genau. Also nehmen wir die zwölf politisches Kapital mit, sagst du. Und wir gucken mal, was passiert nach unseren Änderungen jetzt. Ja. Ja, vielleicht erholt sich ja die Weltwirtschaft. Botschaft von deinem Minister Romain Chevalier, der gegenwärtig als sein Justizminister arbeitet, ist mit der derzeitigen Regierungspolitik unzufrieden, die bei den wenigsten Unterstützern, religiösen Menschen und Kapitalisten, unbeliebt ist. Folglich besteht die Gefahr, dass der Minister demnächst mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will. Die Rücktritte von Ministern schaden der Beliebtheit deiner Regierung und es wäre daher vielleicht von Vorteil, wenn du zur Beruhigung seiner Anhänger deine Politik ändern würdest. Wir schauen uns doch mal an, wen wir da... Ja, das gucken wir uns genau an und jetzt haben wir hier Flüchtlingskrise. Natur- und Wirtschaftskatastrophen in Übersee führten zu einer Flüchtlingsflut, die in unser Land strömt. Auch wenn es schwerfällt, solch aufrichtige Flüchtlinge abzuweisen, wird ihre Menge einige der konservativen und nationalistischeren bzw. patriotistischeren Wähler stören und auch Einfluss auf Löhne und unsere Demografie haben. Immigration plus 0,2. Also interessant. Wir haben gerade die Einbürgerungstests gemacht. Wir könnten jetzt noch an den... Also ich glaube nicht, dass wir jetzt an den Grenzkontrollen drehen sollten, weil sowas kann eine Flüchtlings... Flüchtlingskrise finde ich auch schlecht. Ja, die müssen ja auch erstmal... Also da könnten wir jetzt mal ganz praktisch sein, das ist in Übersee. Das heißt, die müssen auch erstmal bis zu uns kommen. Wir haben schon relativ starke Grenzkontrollen. Ja. Interessant ist halt, dass es eine Flüchtlingskrise aufgrund von Natur- und Wirtschaftskatastrophen ist. Also es ist irgendwie kein Krieg, es sind keine politischen Flüchtlinge, sondern das sind wirtschaftliche Gründe. Da könnte man auch nochmal eine längere Debatte darüber führen, wann Menschen ihren Lebensort freiwillig verlagern. Ja. Weil sie das eher unfreiwillig tun. Aber vielleicht auch nicht jetzt. Auf jeden Fall sehe ich einen grünen Pfeil beim BIP. Also... Super gut. Ja. Ja. Das heißt, wir gucken nochmal... Wir gucken nochmal... Wir haben einen Überschuss. Bitte? Überschuss. Vier. Vier Milliarden. Überschuss. Nicht schlecht. Wir gucken mal auf... Ne. Nicht die Zustimmungswerte, sondern auf... Genau das. Die Weltwirtschaft erhöht sich ein klein wenig. Dementsprechend geht auch unser BIP hoch. Aber wir sind im Gegensatz zur Weltwirtschaft nicht so abgerauscht. Und klar, dann gehen unsere Einnahmen auch hoch. Dann gucken wir doch mal, was hier... Na, Unternehmensexodus ist immer noch. Und Gewalt gegen Roboter ist immer noch. Wir haben jetzt gerade das erste bisschen Weltwirtschaftserholung gesehen. Ja. Das dauert normalerweise ja auch ein bisschen, bis wir das direkt sehen in unseren Arbeitslosenzahlen und unseren Einnahmen. Ja. Dann... Also ich könnte mir gut vorstellen, das hier einfach noch ein Stück weit auszusitzen in den beiden Bereichen. Also Arbeitslosenzahlen und Unternehmensexodus. Oder die beiden roten. Genau. Also bei dem Unternehmensexodus glaube ich, solange die Weltwirtschaft nicht rankommt, wüsste ich jetzt gerade nicht, was wir noch an großen Stellschrauben machen können, um das alles für die Unternehmen noch ein Stück weit attraktiver zu machen. und dann sind wir wieder bei den Arbeitnehmerrechten. Ja. Und bei der Geschichte mit den Robotern glaube ich, war es auch der Arbeitsmarkt, weil es einfach eine relativ hohe Zahl an Arbeitslosen war. Ja. Ja. Ich glaube, wir könnten das aussetzen. Arbeitslosenzahlen und die Industrieautomation. Genau. Und die haben wir ja schon so ein Stück runter. Genau. Und Löhne und Bildung hilft dagegen, aber noch nicht genug. Genau. Und das mit den Löhnen wird glaube ich auch erst werden, wenn wir hochpreisige Güter und Dienstleistungen haben, weil dann sind auch erst die Leute, die in diesen Bereichen beschäftigt sind, dazu in der Lage die entsprechenden Löhne zu fordern oder können sie bekommen. Ja. Also je mehr Geld das Produkt, die Dienstleistung, je höher der Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, also der Wert absolut ist alle Kosten, desto höher die Wahrscheinlichkeit, desto langfristig dort auch nochmal den Wachstum im Lohnbereich sehen. Ja. Im Chat wird gerade gesagt, staatliche Schulen und Unis stärken. Wir sind da schon ziemlich all in gegangen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also, wir sind bei staatlichen Schulen sehr hoch in der Förderung. Wir könnten hier nochmal einen draufsetzen. Wir sind bei 30 Milliarden für die staatlichen Schulen. Das gab schon, glaube ich, der dritte oder vierte höchste Posten, den wir überhaupt haben. Genau. Und so viel macht das nicht aus. Ne, noch nicht mal zwei Prozent weniger Arbeitslosenzahlen für 2,8 Milliarden. Das hier war Free Parenting Classes. Äh, wo war denn? Hier. Ne, Fördermittel für Erwachsenenbildung haben wir. Hier. Da ändert sich eigentlich nichts mehr. Können wir mal gucken. Ja, 0,2 für. Da würde ich jetzt weniger das politische Kapital drauf verwenden. Und wo haben wir denn die, das hier ist technische Colleges. Aber wir erhöhen hiermit die Technologie. Die sorgt auch für einen positiven Effekt auf die Gewalt gegen Roboter. Stimmt. Ja. Ähm. Ähm. Universitätsstipendien. Da sind wir sehr, da sind wir schon relativ hoch mit 6,9. Wir könnten noch eine Stufe, das ist halt nicht freier Slider. Wir könnten halt noch einen hoch gehen. Und unterstützen die mittleren und niedrigen Einkommen. Öffentliche Bedienstete. Und Bildung geht nochmal. Es ist jetzt nicht wenig. So 5,5 Prozent Bildung nach oben. Und das Einkommen der Jugend nach oben. Um 2,5 Prozent. Für 1,6 Milliarden. Ja, komm. Ja. Alles klar. Das haben wir. Das haben wir. Bildung ist eine Investition und keine Ausgabe. Genau. Dann haben wir das schon mal gemacht. Da haben wir ein bisschen was reingegeben, was tatsächlich mittelbar unsere, ähm, die Arbeitslosenzahlen und so weiter und so fort beeinflussen sollte. Ähm, ja, ansonsten hier haben wir noch, was war das? Ach ne, das war Einbürgerungstest. Äh, Auslandshilfe, Grenzkontrollen, hat die Diplomatic Service hatten wir noch. Achso, die Auslandsbeziehungen steigen ganz langsam an. Da haben wir uns entschieden, den hochzunehmen, aber das hat eine Latenz von 24 Quartalen. Wir wollten uns den Minister angucken. Stimmt. Und, äh, das... Ihn hier. Das ist ja inzwischen frei, genau. Ja. Der gibt uns nur einen. Die anderen relativ viel. Wir könnten ihn und die Frau hier feuern und schauen, wie der Impact bei den anderen ist. Ich glaube, nicht sehr hoch. Landwirte und Umweltschützer, also... Die Fokusgruppen sind alle, sind alle sehr gut. Hier haben wir Liberale und Kapitalist und Religiöse und Kapitalist. Da habe ich nicht drauf geachtet, als wir unser Kabinett neu zusammengestellt haben. Na, ich... Ja. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das waren zu dem Zeitpunkt diejenigen, die am besten gepasst haben. Und jetzt hat... Haben wir drei Runden später oder ich weiß gar nicht, wie viele Runden später gemerkt, dass unsere politische Ausrichtung sich anders entwickelt hat. Und irgendwie sind die Minister nicht bei uns geblieben. Ja, die sind irgendwie ein bisschen... Die Frage, ob wir uns ändern oder ob wir sagen, wir brauchen neue Minister. Ne, ich würde sagen, wir ändern uns nicht, was das angeht. Wenn wir potenzielle Minister gucken, wir können hier tatsächlich auf Menschen zurückgreifen, die uns ein bisschen mehr bringen. Also sowohl mehr Einfluss als auch interessantere Fokusgruppen haben. Ja. Oder Sympathisanten. Ich würde jetzt tatsächlich, weil er hat schon mit einem Rücktritt gedroht... Ja, ich würde den auch... Ja, ich würde dann tatsächlich nur den einen feuern. Für ein Kapital. Tschüss. Hier sinken die Werte von allen. Und von ihr auch. Sie ist jetzt auch auf eins. Ich würde jetzt nur hier mal einen neuen einstellen und gucken, ob sich das erholt. Ähm... Da habe ich 4,5, die zweite von Ihnen. Ja. Ich würde nochmal kurz unten gucken. Wahrscheinlich ist niemand... Ja, tatsächlich ist es hier. Und Konservative und Landwirte, da stehen wir eigentlich relativ gut. Ist doch schön. Ja, genau. Stellen wir sie mal ein. Ich freue mich auch, indem es auf diesem Kompass so aussah, als würden wir gar nichts für Konservative tun, dass wir augenscheinlich eine Ministerin gefunden haben, die aus diesem Bereich kommt und die es trotzdem gut findet. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir hier nur noch eins, aber da können wir immer nochmal drauf gucken. So, wenn ich jetzt nochmal draufklicke, wir kriegen jetzt Kapital pro Amtszeit, also pro Quartal sind immer noch nur 28, aber ja gut. Wir können immer noch was mit rübernehmen. Das war es erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss.